Mit herben Rückschlägen kämpft der Tourismus weltweit. Corona-bedingte Lockdowns, behördlich verfügte Betretungsverbote, Zugangsbeschränkungen und Einreiseverordnungen bremsen die Reisetätigkeit. Auch nach zwei Jahren Pandemie muss die Chefin der Österreich-Werbung, Lisa Weding, deshalb feststellen, wir sind noch weit von der Normalität entfernt. Im internationalen Vergleich komme Österreich aber besser durch die Krise als andere Länder. Der internationalen Konkurrenz geht es der nationalen Tourismus-Marketing-Organisation ÖW zufolge nicht besser, im Gegenteil. 2021 lagen die weltweiten internationalen Gästeankünfte demnach um 72 Prozent unter jenen des Vorkrisenjahres 2019. Im Urlaubsland Österreich sei das Minus bei den Ankünften ausländischer Gäste mit 60 Prozent moderater ausgefallen. Die Pandemie habe den Tourismus aber weiter fest im Griff. Die Zahl der gebuchten Nächtigungen brach in Österreich 2021 gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 im Schnitt um 48 Prozent auf knapp 80 Millionen ein. Die Hälfte des Geschäfts war weg. Besonders schlecht geht es der Stadthotellerie und der Kongressbranche. Die beiden Pandemiesommer 2020 und 2021 verliefen dank der stark gebuchten Ferienhotellerie sogar relativ erfreulich. Um die laufende Wintersaison 2021-2022 kämpft die Tourismusbranche noch. Die in Normaljahren für die Winterbuchungen besonders starken Semesterferien im Februar und zum Teil im März könnten noch einiges wiedergutmachen. Der Start war jedoch holprig. Auf den verspäteten Start durch den November-Lockdown folgten die beginnende Omikron-Welle und die damit verbundenen Reisebeschränkungen für die wichtigen Wintermärkte Niederlande und Großbritannien. Der Jänner war so relativ schwach. Doch wichtige Indikatoren zeigen einen Aufwärtstrend, so die ÖW. In den vergangenen beiden Wochen habe sich die Buchungslage deutlich gebessert. Speziell aus Großbritannien und den Niederlanden gebe es seit dem Wegfall der Einstufung als Virusvariantengebiet eine gestiegene Nachfrage. Und auch die für den heimischen Tourismus so wichtigen Deutschen liebäugeln einer aktuellen ÖW-Umfrage zufolge mit einem Urlaub in Österreich. Österreich kommt bei der Umfrage für 43% der Befragten als Reiseziel bereits diesen Winter in Frage. Befragten als Reiseziel